das heißt da muss ich auch irgendwie selber essen anbauen oder nicht sonst wäre das spiel ich kacke weil da muss man die ganze zeit reisen muss man kurz bei food was gibt es eigentlich für rüstungen es gibt doch hier mal die rüstung und noch feile hammer 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 schlagt tot kann ich sagen pflanzen und dann wachst du wächst aber schon fast aus ist es schnell aus bienen box wahrscheinlich honig das ist jack ist auf rex keine ahnung aber was zu fressen make better food das klingt doch nach was für uns make better food das brauchen wir da können wir auch bestimmt was was bestimmt uns tausend millionen ob das ist so eine gute idee war unsere designs machine genau hier hin zu stellen das muss man natürlich auch erst jetzt einfallen und dann gucke ich mal dass ich die spinne da links ich will die nicht haben die wieder weg spinne ich glaube sie geht wieder weg drei wieder wir haben drei jetzt bekommen oder so ist es ja schlapp okay wir brauchten für eine rüstung warum habe ich glaube ich noch mit in erinnerung zweimal wo und dann konnten wir uns nein nein die macht mich damit ein schlag kaputt die zieht doch irgendwie 30 leben oder so wenn ich eine angreife habe ich gesehen kommen alle anderen noch dazu das ist nicht gut nein nein verpiss dich okay ich kann sich das angreifen ausweichen und zurück jetzt gehen wir ja okay warum ist es so dunkel also dann ist es ein großer pfeil acht wenn es nicht dahin legen ist auch noch kommt da noch stress hier auch ich kann für die bäume hier wachsen nein wird das gedacht okay dann haben wir hier bei kampf hier lox haben wollen gut so jetzt haben wir auch ein bisschen rüstung woher habe ich die mitte drei katzen ach da hinten beim skirt irgendwo glaube ich irgendwo ok monster mit ob das jetzt so eine gute idee ist monster fleisch zu essen ich meine ich meine es gehört ein monster können wir haben 126 gehirn 124 hunger und eine sich leben irgendwie würde ich das jetzt nicht ausprobieren könnte echt gefährlich sein so monstern kommt sonst wie so gut wir haben wir haben hunger bekommen das abgezogen und ist auch abgezogen okay dann schmeißen wir das mal weg wir wollten auch so eine schlafräule machen für die für die wir natürlich kein krass haben dann gehen wir jetzt da nach oben zu dieser glaslandschaft so was braucht man denn noch für futter bank better food 6 holzkohle holzkohle ob man die wohl von den verbrannten bäumen da unten oder wo waren wir vorhin hier irgendwo da waren wir doch vorhin ob man von den wohl charcoole bekommt noch eine spinnen ist übrig komm kommkommst du das fress ist hier ist gut 10 19 19 19 oder 10 grats auch wie sie diese marsch nicht mal schon dieser matsch oder schlammgebiet okay dann pick mir mal ein bisschen groß und ja und ich kann jetzt seht ihr das auch da ist ein bad ja kann sich nur im ohr ich hab doch irgendwas gesehen mit rasierer oder chef of the dirty business wird hier keine ahnung das heißt was das was braucht er dann machen wir denn mal demnächst und da ging doch bestimmt was lustiges draus aber wir hatten ja noch zwei fallen wieder schön hier über den hasen löchern und dann kommt die haus noch immer rein und jetzt haben wir fleisch wollen wir sagen das kochen wir erstmal bevor wir das jetzt so essen weil an team die bestimmt mehr hunger und leben hoffentlich so dann gehen wir mal nach unten stelle wusste ach die fangen jetzt schon an zu zu verlosten die verlosten thomas sondern für stelle dinge verschimmeln verschimmeln kann man so klar sich sagt man ist so verschimmeln ja hier kommt dann mache ich mal kurz 66 brauchen ich meine schon manchmal kurz sechs holzkohle hier und dann machen wir mal kurz so ein cooles make better food teil da ist unsere science maschine da können wir was erforschen was in der glühlampe welt gedacht ein kopf pot kochtopf oder ja kochtopf open kopf pot da kommt was daraus kommt hoffentlich was was mir auch ein bisschen gesundheit gibt ja dort dafür schon eine coole spiel so schön überlegen und wir haben noch ein bisschen von russisch nicht in die hausfalle zusammengelegt das rohchen nicht in der glühlampe und das haben wir auch immer so gut in die leben naja so viele leben haben die jetzt nicht gegeben muss man vorher ja kann ich auch anzünden ja kann schon feuer wird los kann sein dass ich jetzt ein bisschen verschwendet habe aber das ist jetzt nicht was daraus kommt ich glaube das hat jetzt eher mehr hunger gegeben und nicht mehr warum gibt es warum geht denn jetzt mein gehirn zu stadt nach unten nach mann wir wollten ja hier schlafen wo war dann hier dieses teil da ein wort brauchen wir feuer hier irgendwo ja hier war da müssen wir nicht so langweilige nacht durchleben hier ach du scheiße ja das war ein blitz meiner mann nach der hier auch eingeschlagen ist wenn ich hier eingeschlagen wäre dann wäre ich wie mein vater gesagt hätte ein gebratenes hähnchen hühnchen hähnchen ist okay das hat mir jetzt irgendwie ein gegeben 1 neben zeugster weil wir schlafen erst mal gute nacht würzen wir haben geschehen dazu bekommen und hunger ab wir haben jetzt wieder hunger nicht damit sagen ob auch was mit mit kann ich der gold nacken zu machen oder stecke ich meine man kann ja auch man kann ja auch wie heißt so gespieße machen jetzt im echten leben vielleicht geht das wird gut ja ob das jetzt so lecker aussieht ich glaube es ist mir lieber nicht mehr die gelegen geht dann machen wir ein bisschen das wollen wir denn noch machen wir wollten also ein bisschen meiner meinung nach könnten wir war da irgendwas also das feuer ist glaube ich ja löschen deswegen kann eigentlich würde ich den spinnen da unten jetzt geben und ein bisschen steine kloppen und ich glaube mein leben sagt er was anderes wusste meinen ich bin los los lassen los lassen los los lassen lassen los los lassen los lassen dass du nichtal ich bin ich ja doch geil auf mich ich sollte das anziehen so ist wenn schon mal ein bisschen paar spielen los kann es in ruhe meinen so 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 Oh. Und auch mal kurz ein Aufnahmestopp. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.